Ich bin anfällig für Spontankäufe im Urlaub, aber wie zufrieden kann man denn wirklich sein mit einem Spontankauf im Urlaub? Dieses Jahr im Schwarzwald ist es bei mir passend eine Junghans geworden, klar, ich war im Schwarzwald, aber wie gut ist die Uhr und wie gut passt sie zu mir? Hallo und willkommen bei Watchmaxs Uhrenvideos, mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute möchte ich dir meine neue Errungenschaft zeigen, eine Junghans Chronoscope 1972 Solar, spontan gekauft im Urlaub. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Modell bzw. diese Art der Uhren hat mich schon länger begeistert. Ich mag diese Erinnerung an die 70er Jahre und ich mag auch, wie konsequent Junghans das gemacht hat. Die Zeiger sind wirklich so, wie ich es an die Uhren erinnere, die mein Opa damals hatte, mit aufgesetzten Klötzchenindizes. Oh, ich sehe gerade, ich habe die Uhr wie wild geputzt, aber man fasst sie kaum an oder geht mal kurz Hände waschen, schon sind wieder Flecken drauf. Übel, seht es mir nach, es ist für mich wirklich eine Gebrauchsuhr, die ich gerne trage, die aber auch einige Licht- und Schattenelemente hat. Darauf werde ich in diesem Video eingehen, aber noch viel mehr in dem Video Eine Woche am Arm. Ihr kennt das, immer wenn ich eine neue Uhr habe, dann trage ich sie eine Woche lang ununterbrochen, um euch unverfälschte Eindrücke aus dem realen Leben zu zeigen. Ihr könnt hier sehen, wunderschöne orangene Elemente. Es gibt dieses Modell auch mit ganz orangenen Totalisatoren. Das wollte ich ursprünglich haben, geliefert wurde diese und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt diese Kombination dann in der Tat noch ein kleines bisschen besser als die mit den orangenen Totalisatoren. Das wäre mir dann doch etwas zu viel Farbe gewesen. Schauen wir uns mal die Maße an. Die Uhr hat einen Durchmesser von 43,3 mm, hat ein entspiegeltes Saphirglas auf der Vorderseite und hat einen Bandanstoß von 23 mm. Etwas unglücklich, immerhin gibt es schöne Leder und Stahlbänder, die fantastisch zu der Uhr passen. Die Uhr ist angenehme 11,6 mm dick und hat einen handvermessenen Horn-zu-Horn-Abstand von 46 mm. Verbaut ist das Werk J62250 und die Uhr ist bis 200 Meter wasserdicht. Es ist ein Chronograph, wie ihr sehen könnt und sie hat eine kleine Besonderheit. Es ist ein kleiner Hebel links neben der Krone, aber da gehe ich in dem Video noch separat drauf ein, denn auch das ist eine Sache, die ich so noch nicht bei anderen Uhren gesehen habe. Das hier montierte Band ist übrigens das Original-Junghans-Band. Qualitativ gibt es da sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich finde aber optisch passt es unglaublich gut zu der Uhr, weil es nochmal den orangenen Akzent unterstreicht, ohne wirklich zu viel Farbe drauf zu packen. 1972, ihr wisst, die Olympiade in München. Junghans war dort offizieller Zeitnehmer, ich habe sie echt wirklich sauber gemacht vorher, aber bei den polierten Flächen kaum fasst man sich an, hat man wieder irgendwas drauf. Und an diese Olympiade beziehungsweise auch an das Commitment zum Sport erinnert die Serie 1972, bei der es von Junghans unterschiedliche, zum Teil auch deutlich teurere Modelle gibt. Es gibt auch mechanische, automatische Modelle. Mich hat hier der Solaransatz sehr gereizt, insbesondere in Verbindung mit der kleinen Sekunde, wo die springende Sekunde nicht so auffällt. Ihr seht hier, die Stoppzeitmessung läuft. Der Chronograph kann messen bis 60 Minuten und dann ist auch aus. Dann läuft nichts weiter, es wird nichts weiter angezeigt. Danach ist Schluss. Das werde ich aber in einer Woche am Arm-Video noch einmal etwas deutlicher zeigen. Übrigens ist das hier das erste Video, was ich veröffentliche, bei dem ich mit zwei Kameras gefilmt habe, aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob euch das gefällt oder nicht. So, jetzt kommen wir zu dem kleinen Hebel. Ihr seht, da ist ein kleiner Hebel neben der Krone. Ich nehme mal ein kleines Stöckchen, um es besser zu zeigen. Jetzt ist er zu, das heißt zur Krone gedrückt. Ich drücke ihn weg und damit ist er geöffnet. Das ist eine Kronensperre. Die Krone selber ist nämlich nicht verschraubt. Und jetzt kann ich sie in zwei Rasterungen rausdrücken. Na, jetzt dreht sie sich. Das ist ja klasse. Erste Rasterung, zweite Rasterung mit geöffneter Sperre. Nochmal. Erste und zweite Rasterung. Erste wie immer Datum, zweite Uhrzeit. Ganz normal. Jetzt schließe ich die Sperre. Na, geht nicht. Um den Finger nehmen. So, jetzt ist die Sperre zu und ich kann immer noch eine Rasterung rausschieben, aber keine weitere mehr. Das heißt, mit der Sicherung der Krone kann ich zwar nach wie vor das Datum anpassen, aber ich kann nicht versehentlich die Zeit verstellen. Wenn ich jetzt die Sperre wieder öffne, klack, dann kann ich auch den letzten Position aktivieren und könnte jetzt die Zeit verstellen. Wo wir immer dabei sind, dann verstellen wir auf die Zeit auch direkt einmal und schauen uns an, wie die Zeiger gesetzt sind. Übrigens, das sieht hier nicht ideal aus, aber wenn man den Minutenzeiger anguckt, der ist auch knapp neben der 12. Das muss ich, glaube ich, nochmal korrigieren, denn so sieht es so aus, als wären die Zeiger nicht so gut gesetzt. Wenn man das ein bisschen besser auf der 12 justiert, dann sieht man, dass Stunden- und Minutenzeiger wirklich gut gesetzt sind. Der Stopp-Sekundenzeiger ist ein bisschen neben der 12. Das ist aber bei dieser Quarz-Uhr nicht weiter dramatisch, weil ich jeden Zeiger manuell neu ausrichten kann. Die Abweichung hier ist nicht so groß, dass sie mich wirklich stören würde. Insofern habe ich das nicht korrigiert. Es ließe sich aber korrigieren. Und das finde ich wirklich klasse bei dieser Uhr. Das hat auch nicht jede Quarz-Uhr. Insofern hier nochmal super gemacht, finde ich prima. Jetzt habe ich euch schon eine Menge über die Uhr erzählt, aber wir wollen natürlich auch wissen, wie sie an meinem Arm aussieht. Dafür muss ich meine Mühle Rescue Timer ausziehen. Dank der kurzen Hornabstände von 43,3 mm passt sie gut an meinen Arm. Hier nochmal der direkte Vergleich zu der Mühle Rescue Timer, die ich auch später im Video noch einmal für einen Vergleich heranziehen möchte. Denn auch beim Stahlband, was ich euch gleich noch zeige, gibt es die ein oder andere Sache anzumerken. Das Band ist übrigens angenehm zu tragen, habe da gar keine Probleme mit. Und ihr seht natürlich, die Uhr ist groß und präsent, aber sie steht in keiner Weise unangenehm über, dank der kurzen Hörner. Und ich persönlich mag diese Optik echt gerne und finde die Uhr wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen. Gefällt mir gut. Mir gefällt auch die Lochung des Lederbandes mit den orangenen Innenteilen, ohne dass es direkt durchgeht, dass das komplette Band unten unterfüttert ist. Insgesamt macht das auf mich einen wirklich guten Eindruck, durchdachten Eindruck. Vielleicht würde hier auch noch ein Hirsch Performance Band ganz gut dran passen. Aber ich glaube, das ist eine Uhr, bei der ich nicht geneigt bin, allzu viel mit Bändern zu spielen, weil sie mir einfach richtig gut gefällt, wie sie ist. Das ist das Stahlband zu der Uhr, ein außergewöhnliches Stahlband, wie ich finde, weil zum einen die äußeren Glieder ein klein wenig abgeschrägt sind und zum Arm hin abfallen, wodurch das Band ein kleines bisschen einen schildkrötartigen Charakter bekommt. Und zum anderen, weil die Glieder insgesamt extrem klein sind und dadurch sich die Uhr wirklich super genau und sehr, sehr fein einstellen lässt. Die Butterfly-Schalt, die Butterfly-Faltschließe, so rum ist es richtig, ist in Ordnung, ist jetzt nichts, was mir besonders positiv oder besonders negativ aufgefallen ist. Sie passt einfach und ist gut. Gut, jetzt nehmen wir das Band der Mühle Rescue-Timer einmal zum Vergleich, um zu schauen, wie klein die Glieder wirklich sind. Ihr seht hier ein kleines Glied und ein normales Glied. Es gibt übrigens zwei von diesen sehr kleinen Gliedern zum Ausgleich. Und im Vergleich dazu die Mühle Rescue-Timer, die schon keine extrem großen Glieder hat. Aber hier könnt ihr sehen, wie groß der Unterschied ist. Selbst das kleine Glied der Rescue-Timer ist größer als das Standard-Glied bei der Junghans. Und dadurch lässt sich die Junghans wirklich sehr, sehr komfortabel am Arm einstellen. Sie sieht auch an der Uhr wirklich gut aus. Ich wechsle das jetzt nicht. Ich halte es dran. Ich glaube, das reicht vollkommen, um einen guten Eindruck zu geben, wie dieses Band an der Uhr aussehen könnte. Und dadurch bekommt die Uhr nochmal einen extra gesonderten sportlichen Look. Der Totalisator auf 6 Uhr ist eben keine reine zweite Zeitzone, sondern in der Tat ein Wecker. Er lässt sich auch als Wecker nutzen. Allerdings ist der Weckton so leise, dass er für mich komplett nutzlos ist, so dass ich diese Anzeige nur als zweite Zeitzone nutze bzw. als Zeitanzeige, wenn die Zeiger in bestimmten Lichtverhältnissen nicht ideal ablesbar sind. Mehr dazu in meiner eine Woche am Arm. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie die Uhr im Dunkeln aussieht. Und hier muss ich sagen, ich aktiviere die Uhren immer mit einer Taschenlampe, einfach damit es im Video gut hochkommt, gut rauskommt, wie das Nachtbild aussieht. Ich muss allerdings sagen, dass die Leuchtdauer wirklich sehr limitiert ist. Hier könnte man den Eindruck gewinnen, dass das Ganze doch ganz passabel ist. Die Indizes sind wirklich verschwindend gering mit Leuchtmasse ausgelegt. Die Zeiger kann man hier erkennen, aber wenn ihr euch das Bildrauschen anguckt, dann könnt ihr sehen, dass ich mit der Kamera schon einiges anstellen musste, um dieses Leuchten überhaupt einfangen zu können. Also diese Uhr ist nicht gemacht, um länger nachts die Uhr ablesen zu können. Wenn ich mal schnell vom Balkon in eine dunklere Wohnung komme oder von draußen in die Tiefgarage, bevor das Licht angeht, funktioniert super, gibt es überhaupt nichts daran auszusetzen. Aber länger in der Dunkelheit oder in der Mitte der Nacht kann ich diese Uhr nicht ablesen. Das sind die beiden Sachen, die mich an der Uhr wirklich ein klein bisschen traurig stimmen. Das sind die sehr eingeschränkte Nachtablesbarkeit und die etwas eingeschränkte Ablesbarkeit bei Tag, je nach Lichteinfall und Zeigerstellung. Aber dafür entschädigt mich die wirklich schöne Retro-Optik der Uhr kombiniert mit der modernen Technologie einer Solaruhr. Und das Ganze in einer Größe, die wunderbar an meinen Arm passt, zu einem Preis, den ich persönlich sehr akzeptabel finde, von um die 700 Euro Straßenpreis deutlich drunter. Insofern bin ich sehr glücklich mit der Uhr und bin sehr gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, bleibt mir gewogen und freut euch auf meine nächsten Videos. Nächsten Samstag in drei Tagen kommt bereits ein Knaller. Schaut es euch an. Bis dahin. Tschüss, euer Axel.